Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash-Academy-Channel zu einem neuen Verse-Report. Wir haben ein Unterformat für diesen Verse-Report jetzt und zwar heißt er Star Citizen Progress. Hier stellen wir euch jetzt mithilfe von SCB ein bisschen die Entwicklungsgeschichte und vor allem auch den Fortschritt bei Star Citizen dar. Und wir haben schon ein Video dazu gemacht im Einsteiger-Guide, wo wir wirklich den Spiel-Content vom letzten Patch von 2.4 vorgestellt haben. Jetzt wollen wir das Ganze in Verbindung bringen mit dem Gesamtspiel-Fortschritt oder mit dem Entwicklungs-Fortschritt. Also dem Bild, was sich daraus ergeben kann. 2.4 war ein großer Patch, jetzt ist er live. Ihr könnt euch hier in dem Einsteiger-Guide das wie gesagt angucken. Und wenn ihr jetzt auf SCB gebt, seht ihr dort eine neue Roblerik und zwar heißt sie tatsächlich Star Citizen Progress. Wir haben mal alle versucht, alle Quellen zusammenzutragen, die wir finden konnten, um zu sehen, was ist jetzt eigentlich drin im Spiel und was soll bis zum Final Release wirklich noch ins Spiel kommen. Also schaut mal auf der Seite und wir werden uns jetzt in dieser Episode die wichtigsten Punkte rausgreifen und sie für euch ein bisschen erklären. Und deshalb gehen wir jetzt auch in unsere erste Kategorie. Ja, und das ist der Status Quo. Da sind nämlich jetzt ganz neue Mechaniken reingekommen, die wirklich das Spiel revolutionieren können und in Zukunft sehr, sehr wichtig sind. Und da ist natürlich an erster Stelle die Persistenz zu nennen. Persistenz ist sessionübergreifendes Speichern von Spielfortschritten. Das ist natürlich sozusagen ein Hauptschlüssel für die gesamte Spielentwicklung. Danach haben wir das Shopping-System, was jetzt drin ist. Auch das ist natürlich entsprechend wichtig, dass man Dinge kaufen kann für die Fortschritte, die man sich erarbeitet. Die Alpha-Credits gehören natürlich auch dazu. Auch die sind jetzt neu. Die erste In-Game-Währung, die jetzt da ist. Und das Port-Modification-System. Ebenfalls eine Neuerung, wo wir Objekte am Schiff, im Hangar umgestalten können, indem wir sie direkt anwählen können. Ja, außerdem haben wir noch ein vorläufiges Reputationssystem. Das heißt, es gibt jetzt schon die Möglichkeit, einen Ruf sowohl auf der Gesetzestreuen als auch auf der Outlaw-Seite sich zu erarbeiten und dementsprechend auch Missionen zu erfüllen und den Ruf zu verändern. Der wird auch durch die Persistenz jetzt gespeichert. Ist noch ein vorläufiges System. Es wird sicherlich noch sehr, sehr viel genauer werden und in die Fraktionen gehen. Aber es ist schon mal immer insbesondere drin. Wir haben außerdem noch Schiffe mit dazu bekommen. Und zwar das größte aktuelle Multi-Crew-Schiff, die Starfarer, beziehungsweise ihre Gemini-Variante, ist jetzt im Spiel verfügbar. Bietet Platz auf jeden Fall für acht Crew-Stationen und noch eine ganze Menge Freiraum, um sich dann in dem Schiff zu bewegen. Also es gibt FPS-Maps an anderen Spielen, die sind kleiner als die Starfarer an sich. Ja, und die Reliant Core, die Basis-Variante, ist jetzt im Hangar. Die kann man sich schon mal angucken. Fliegen kann man sie noch nicht, aber sie ist immerhin schon mal da als kleines Tier-2-Einsteiger-Schiff. Ja, und was bedeutet das jetzt alles? Und das gehen wir in der nächsten Kategorie an. Also ganz wichtig, Persistenz ist natürlich das Hauptthema. Und Persistenz bedingt eigentlich ganz viele andere Mechaniken, die ohne diese Persistenz, ohne das Speichern von Session-Fortschritten gar nicht existieren können. Da haben wir natürlich an erster Stelle Transportwesen. Ja, das wäre etwas, was später kommen kann oder was vielleicht auch schon im nächsten Pitch kommen könnte, im nächsten großen. Und das braucht natürlich Persistenz, weil wenn ich dann starte, irgendwie mich auslogge und dann ist der Laderaum wieder leer, wäre halt blöd mit Handel. Ja, genauso ist es beim Mining. Also ich kann mir vorstellen, wenn die Miner unter euch richtig losziehen mit ihrer Prospector oder ihrer Orion und dann da fünf, sechs Stunden in einem gut laufenden Server anfangen zu farmen und dann stürzt entweder der Server ab oder ihr müsst aus dem Spiel raus und beim nächsten Mal ist der Laderaum wieder leer, der Asteroid wieder da und ihr sagt, wie jetzt? Das wird nicht gespeichert, dafür ist Persistenz halt auch sehr, sehr wichtig. Das bezieht sich eigentlich auf fast alle Ingame-Mechaniken, die wir haben. Also ich gehe es jetzt nochmal durch. Salvaging haben wir, ne? Items, die in irgendeiner Form ihr erwerbt, holt. Die ganzen EVA-Suits, die man jetzt kaufen kann, die ja auch neu sind, die zwölf Stück, die müssen ja auch gespeichert werden und am besten sollte der Charakter sie auch immer noch anhaben, wenn er wieder aufwacht. Richtig. Reparaturen und Schiffsstatus. Aktuell wird der Status jetzt noch nicht übertragen. Das heißt, wenn man ein Schiff tatsächlich beschädigt hat, wird es dann im nächsten Mal noch wieder neu und unbeschädigt sein. Aber auch das wird in Zukunft übertragen werden, wird man bezahlen müssen. Ja, Versicherungen ist auch so ein Thema. Die werden ja erst aktiv mit dem Live-Release von Star Citizen. Aber jetzt kann man sich schon mal vorbereiten und man kann zumindest schon mal sehen, dass eben Versicherungsleistungen auch Geld kosten und dass sie entsprechend auch persistent bleiben. Der gesamte Wirtschaftskreislauf ist natürlich auch an die Persistenz gekoppelt und man kann es sich jetzt auch vorstellen, Einkaufen, Preisentwicklung, auch das soll ja später schwankend sein, wenn da eine große Nachfrage ist, steigt der Preis oder wenn es andersrum ist, fällt der Preis. Alles das ist an die Persistenz des gesamten Verses gekoppelt. Es ist ein sehr, sehr bedeutender Schritt. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein logischer Schritt und es ist auch ein Schritt, den sehr, sehr viele Spiele zuvor schon gegangen sind. Ja, also ohne Persistenz funktioniert kein MMO. Star Citizen hatte das bisher noch nicht. Jetzt ist es in der Alpha schon mal ansatzweise drin und wir werden von dort aus sehen, dass jetzt nämlich die Mechaniken einzeln gut dazukommen können. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war dann das Port Modification System. Das Port Modification System ist eine Voraussetzung für das neue Item System 2.0. Ich will das Item System hier an der Stelle nur mal ganz kurz umreißen. Es geht eben darum, dass man nicht mehr ein komplettes Asset hat, was man dann auseinanderfrickeln muss, sondern dass man mit dem Item System 2.0 einzelne Teile, Komponenten, Rüstungsteile, Magazine in Waffen, egal worum es geht, dass man die wirklich einzeln zusammenstellen kann. Und erst daraus ergibt sich dann das Polygon-Modell. Helme kombinieren, sagen, den Helm will ich mit der Rüstung, die Hose, Magazin hier, Eiergranate da, irgendwie Pack noch auf der Seite. Und das ist sozusagen mit dem Item System... Eiergranate. Na, die ganz normalen Runden. Echt? Heißen die so? Die heißen so, ja. Sehr gut. Habe ich noch nie gehört, aber sehr cool. Aber da hat Wiesendorps absolut recht. Es geht darum, beim Item System genau einzeln bestimmte Items anzusteuern und sie eben auch verändern zu können. Auch Skins zum Beispiel gehören dazu. Wir hatten ja auch schon mal einen Fehler, dass Star Marine aus Versehen dieses Lobby-System aktiviert war. Da konnte man auch schon sehen, dass da Inventar, quasi der Mensch dargestellt wurde mit Inventarplätzen und man konnte Waffen reinziehen und solche Geschichten. Genau. Das wird dann sehr modular einfach sein. Definitiv. Und dafür ist das Port Modification System jetzt mit den kleinen Nodes, wo man was dran verändern kann, schon der Vorläufer. Das heißt, von da aus geht es dann weiter. Das ergibt sich dann ins gesamte Schiffskomponentensystem, wo man eben einzelne Komponenten, Schildgeneratoren, Energiegeneratoren austauschen kann und so weiter und so fort. Und geht dann eben auch noch mal als Basis, als Grundvoraussetz dazu, dass man die einzelnen Module miteinander wirklich endgültig verknüpft. Das heißt, den Hangar und A-Corp, das Social-Modul mit dem PU und umgekehrt. Man hat jetzt schon die ersten Verknüpfungen da, aber auch das wird natürlich noch mal viel größer und weiter ausgeweitet dann mit dem Itemsystem 2.0. Ist also ein nächster großer Schritt. Ja, Shopping bleibt auf jeden Fall noch. Shopping bleibt offen und natürlich das erste Ingame-Währungssystem, die Alpha-UECs. Das ist ja eigentlich der spürbarste Spielfortschritt. Man sieht, das Geld wächst auf der einen Seite und man hat dann Leistungen, Dienstleistungen, die man kaufen kann. Das bedingt natürlich ganz viele Sachen. Interaktion mit NPCs, Geschäften einkaufen können. Das Testen von Wirtschaftszügeln, Mechaniken. Ich mache dann Vertrag, ich liefere Sachen ab. Alles das ist natürlich an dieses Wirtschaftssystem und ans Shopping-System geknüpft. Es ist einfach das Basis-System für Achievements im Spiel, dass man eben tatsächlich Geld verdienen kann mit der Sache, die man dort gerne machen möchte. Und das erweitert sich dann natürlich auch auf Mechaniken wie Mining, auf Mechaniken wie Transportwesen, Salvaging und so weiter. Und natürlich, glaube, da warten ganz viele drauf. Kaufen und Mieten von Schiffen im Spiel. Könnte zum Beispiel sein, dass Covalex Shipping Hub öffnet dann wieder und dann fliege ich hin und leih mir dann ein Schiff aus. Oder ich leihe es auf ARCORB und habe es dann verfügbar. Das heißt, sie werden dann später auch nicht mehr mit Racks Schiffe ausleihen müssen, sondern wir können sie dann vielleicht sogar schon mit den Alpha-UECs direkt kaufen oder mieten. Oder auch nur Schiffskomponenten kaufen und mieten. Auch das ist vorstellbar. Oder Module später. Ganze Module, die gemietet werden können. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir da noch ganz viele Vibes erleben. Aber Ziel ist es natürlich schon, dass wir später in der Lage sind, Schiffe wirklich alle inverse zu kaufen oder zu mieten. So ist es. Und für die Leute, die ein bisschen den grauen oder schwarzen Weg einschlagen wollen, auch die Schwarzmarktmechanik, die auch erwähnt ist. Das ganze Betrugssystem auch für die Versicherungen später. Das Schmuggelsystem. Auch all das hängt natürlich dann jetzt mit dem Shopping in erster Instanz zusammen und dann mit der Transport- oder Logistikfrage einen zweiten Punkt. Und wenn das eben dann zusammengefügt wird, ergeben sich auch solche kleineren und spezielleren Mechaniken daraus. Es wird, wie gesagt, alles quasi wie in einem Baukastensystem aufeinander aufgebaut, bauend gemacht. Und dazu kommen wir jetzt in die letzte Kategorie und spekulieren einfach mal frei von der Seele, was kommt im nächsten Patch? Jetzt wird es wirklich hoch spekulativ. Ich sag mal so, das Einfachste, was ich jetzt mal vorlege, ist, die Starfarer wurde damals im Verkauf, im letzten Verkauf angekündigt, dass wenn die Flightready wird, dann wird auch die Sammelmechanik für treibstofffertig sein. Ist jetzt noch nicht passiert bei 2.4. Ich schätze mal, wenn die Persistenz jetzt richtig funktioniert und wenn wir da die Fortschritte machen, die Stores ausgebaut werden, dass diese Sammelmechanik und das Raffinieren und das Verkaufen eins der ersten Punkte sein werden, die mit in den neuen Patch reinkommen. Vorsicht, Leute, ich denke mal, die reine Betankungsmechanik, wo man in Rüssel steuern muss, da würde ich jetzt schätzen, das kommt dann noch ein bisschen später. So ist es definitiv. Außerdem haben wir noch eine Piratenbasis, die als Gegenstück zu Port Olisar aufgebaut wird. Die ist aktuell letzten Monat in der Konzeptphase gewesen. Sie machen aber große Fortschritte, sie arbeiten da sehr konstant dran. Auch das ist vorstellbar, dass es im nächsten oder vielleicht übernächsten Patch reinkommt, damit eben die Outlaws auch eine Möglichkeit haben, extern zu spawnen. Oder Gamescom, vielleicht. Mal sehen, wie schnell es geht. Jetzt gibt es eine ganze Masse Stores schon im Social-Modul auf A-Corp beispielsweise und sogar noch einen Storeplatz auf Port Olisar, der gerade noch zu mieten ist, sozusagen, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich jetzt Möglichkeiten, dass zum Beispiel das Dumpers-Depot die Türen öffnet und wir dort kaufen können oder Ausrüstung leihen können. Das wäre so eine Vorstellung für Schiffskomponenten, was ich mir gut vorstellen kann. Ja, Waffen, Schiffskomponente, im Grunde genommen das, was man jetzt auch schon im Voyager Direct Store findet, dass das dann transferiert wird, eben in-game, dass man es nicht über die Website kauft, sondern eben dann wirklich im Spiel. Walterit beispielsweise, solche großen Bauteile, vielleicht kriegt man die dann da. So ist es. Itemsystem 2.0 ist tatsächlich eine Sache, die erwarte ich nicht für den nächsten Patch. Ich glaube, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber ich glaube, sie werden es immer weiter nach vorne bringen, bis es dann irgendwann tatsächlich komplett ist. Ist, glaube ich, auch eine Server-Angelegenheit. Da muss im Grunde die Persistenz und auch der Server darauf ausgelegt sein, dass so viele Objekte gleichzeitig im Spiel sind und die Framerate das aushält. Definitiv, ja. Weiter geht es dann mit der Reliant Flight Ready. Das ist eine relativ einfache Spekulation. Die wird vermutlich dann da sein. Das heißt, zumindest die Core-Variante wird dann flugbereit sein. Und damit würden auch die Besitzer von allen anderen Varianten zumindest eine leihweise eine Core kriegen, auch wenn sie jetzt im Hangar mit 2.4 leider keine Variante geliehen bekommen. Das heißt, da muss man dann ein bisschen warten. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, jetzt gerade bei Spekulationen in Richtung Gamescom 2016. Da bereitet sich CAG sehr, sehr ausführlich darauf vor. Gerade sie betonen es auch überall, dass sie sich sehr auf die Gamescom freuen und dort vorbereiten. Sie haben eine große Präsentation geplant. Ja, und was könnte da so passieren? Also da hat Ben auch schon, war Ben lässig, der hat auch schon gesagt, prozeduales Rendering oder prozeduales Landen, das wäre ein Thema für die Gamescom, gerade für den Sommer. Ist auch jetzt eine grundlegende Spielmechanik, die ganz viele andere Sachen wieder bedingt. Das werden wir wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich sehen. Vielleicht auch danach direkt spielen können. Und da wartet natürlich jetzt auf der anderen Seite Nyx, die Landezone, wartet auf die Einbindung ins Verse. Da kann man jetzt schon spekulieren, okay, Nyx braucht dafür prozeduales Landen. Wenn das fertig ist, kommt Nyx auch. Und ich gehe jetzt noch ein Stück weiter. Vielleicht geben sie uns schon mal so eine Art Mockup, so eine erste Version der Sprungmechanik. Und wir können von Port Olisar nach Nyx vielleicht sogar schon springen. Da gibt es aber auch die Aussage dagegen von Chris Roberts, dass wahrscheinlich Nyx erstmal verlagernd werden soll ins Crusader-System. Wir wissen es nicht. Aber wenn Nyx natürlich jetzt auf der Gamescom kommt, was sehr wahrscheinlich ist, dann kann auch sein, dass die Transportmechanik schnell kommt. Zum Beispiel. Denn dann hätte man schon Port Olisar und Nyx als zwei sozusagen Handelspunkte, die miteinander tatsächlich verknüpft sind. Egal, ob es jetzt durch einen Jump ist wirklich oder ob es innerhalb des Systems über den Quantum Drive funktioniert. Damit hätte man auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und das ist eigentlich die große Ankündigung für die Gamescom, dass man sagt, prozedurales Rendering. Die Nyx-Landezone, die schon wartet, die ist fertig. Die wartet nur darauf, dass das andere fertiggestellt wird. Ja, und von da aus gehen wir dann sozusagen mal ein bisschen noch ins Fazit rein und überlegen uns, was ist 2.4 und von wo aus geht es dann hier weiter. Viele Mechaniken haben hier sozusagen ihren Ursprung, ne, in 2.4. Genau. Wir haben den Ursprung gelegt und man muss jetzt an der Stelle sagen, zum Beispiel Grabby Hands, ja, ist auch ein Fortschritt, den viele Leute schon lange erwarten. Grabby Hands macht natürlich nur Sinn, wenn du so viele Items im Spiel schon hast. Wenn wir vielleicht eine Transportmechanik haben, dass wir auch Kisten bewegen müssen, dass wir den Laderaum verwalten oder Dinge einladen müssen, das ist vielleicht so ein Spielfortschritt, der wirklich darauf wartet, dass die Persistenz soweit ist, wir Landezonen haben, dass die Transportmechanik drin ist und dann kommt vielleicht der nächste Schritt von Grabby Hands dazu. So ist es, ja. Auch dafür Grundvoraussetzung, andere Landezone zumindest, dass man einen Ort hat, wo man hin und her reisen und tatsächlich aktiv Handel treiben kann. Außerdem zur Frage mit den FPS-Mechaniken und Star Marine. Da kann man eben nur sagen, unser Erkenntnisstand ist, die FPS-Mechaniken werden jetzt Stück für Stück ins Mini-PU eingebracht, Stückchen für Stückchen immer erweitert. Das heißt, Vaulting kommt irgendwann dazu, Sliding kommt irgendwann dazu, all diese Dinge werden optimiert und dann, wenn das Paket komplett ist, wird sozusagen das Modul Star Marine noch freigeschaltet, zusätzlich als dann eben dedizierter Singleplayer oder sagen wir nicht Singleplayer, sondern halt First-Person-Shooter-Element, wo man alleine oder eben mit anderen zusammenspielen kann. Man darf halt jetzt eine Sache nicht verwechseln, das können wir jetzt zum Abschluss auch noch sagen, ganz, ganz wichtig, das, was wir jetzt im PTU sehen oder im PU sehen oder wir generell im Spiel erleben können, ist nicht alles, was fertig ist. Viele Dinge bedingen sich wirklich ausnahmslos und man braucht dafür die anderen Grundvoraussetzungen. Man kann jetzt vielleicht schätzen, es ist wirklich hoch spekulativ, nagelt mich nicht darauf fest, aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass wir zurzeit vielleicht nur 50, 60 Prozent sehen von dem, was fertig ist und da nehme ich jetzt sogar Squadron 4.2 schon komplett raus aus dieser Rechnung, aber viele Dinge warten vielleicht einfach auf die Integration. Ja, und da muss man eben auch sagen, sie warten auch aus einem anderen Grund, nämlich gerade mit zwei Events wie der Gamescom und der CitizenCon, die relativ kurz da drauf dann im Oktober ist, hat auch CIG sicherlich ein paar Assets oder ein paar Inhalte und Mechaniken, die sie dafür zurückhalten. Also wo sie sagen, so das muss zusammen passieren. Zum Beispiel hatten sie auch mal gesagt, dass wenn die Prospect da rauskommt, das Mining-Schiff, das Kleine, dass damit dann auch wirklich das Mining ins Spiel kommt, zumindest in einem kleineren Rahmen, wofür wiederum das prozedurale Rendering gebraucht wird. Also so hängt das alles miteinander zusammen. Auch da gibt es sicherlich Mechaniken und Gameplay-Erfahrungen, die warten darauf, dass sie released werden. Und ich denke, Gamescom wird ein Punkt sein, CitizenCon wird ein Punkt sein und dann vermutlich auch wieder die Weihnachtszeit, wo sie auch immer sehr viel raushauen. Es baut aufeinander auf. Geht doch bitte auf unsere Seite, auf SCB, schaut euch mal die Tabelle an und ihr könnt uns sehr, sehr gerne dafür Feedback schicken. Sagt uns, was haben wir vergessen, was haben wir vielleicht zu stark vereinfacht oder was findet ihr auch vielleicht ein bisschen zu viel in der Liste. Wir werden die jetzt immer Stück für Stück aktualisieren. Ihr werdet dann auch später im Verlauf sehen, was hat der Patch so und so gebracht, was hat der Patch so und so gebracht, wo stehen wir heute. Wir freuen uns da sehr über euer Feedback dazu und ja, einfach eure Anregungen. Genau, wir brauchen das ganz, ganz dringend. Wir wollen wirklich versuchen, eine Community-basierte Übersicht zu schaffen. Wo sind wir jetzt? Wo soll die Reise hingehen? Was fehlt alles noch? Dafür brauchen wir euch, denn ihr seid selber die besten Rechercheure und Redakteure für Star Citizen, um das mit uns zusammen auszuentwickeln. Ansonsten kommentiert natürlich dieses Video, liked oder disliked die Episode. Wir werden jetzt öfter mit dem Progress Verse Report kommen, wenn halt ein neuer großer Patch da ist. Abonniert den Channel deshalb, wenn ihr up to date bleiben wollt zu Star Citizen und wenn ihr uns als YouTube-Creator für unsere Arbeit im Spiel und mit dem Spiel unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir melden uns das nächste Mal wieder, wenn es was Großes Neues gibt. Wiesen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck! Zurück! 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 Zurück!